so was hatte ich gerade bald heute ich will aus dem wald raus bitte wald 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 alles voller wald ich will doch hier kein wald roden was soll es dann laufen wir halt ewig lange rum so hühnchen 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 ist das wird mich erschrocken so laufen jetzt immer ich dachte schon heißen abgrund coole farm gegen den namen echt gibt es schon wieder allerhand aber das fehlt schon eine textur das ist doch wieder standard textur egal bis damit leben man kann nicht alles haben kann nicht alles hallo ach ich fand hier deswegen schon leben ich hatte wahrscheinlich kaum leben als ich gestorben bin von von diesem kleinen gemein fiesen ob so war das also was ist das denn für ein baum berry gehabt auch cool und er kann mir schon fast diesen saft machen oder 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 so ähnlich die gegend ist doch hier gar nicht so verkehrt weil die bäume gefallen mir da die farbe hier haben wir die normalen aber noch ein bisschen roba boot was bist du mushroom garten warum brennt da jemand es wird schon dunkel ich muss mir echt jeder ex haus ich gehe ins haus und schlafe wahrscheinlich sind im haus mit sporn wetten war wetten war wette verloren oder sind sie dauernd das hat das ich muss jetzt schlafen ich muss jetzt schlafen was dunkel wird nein es regnet auch also ich schlafe in meinem kopf drin ich kann praktisch mein traum sehen und der traum verhoffenssicht ist ja kurz so und der regn ist vorbei das ist gut das ist gut das gefällt mir da würde ich doch glatt den like in button klicken aber schnee finde ich nicht schön zum bauen oder muss man immer wenn man bauen will den schnee da weg raken das nö das will ich nicht das ist nicht so meins da steht noch ein hütchen echt die ganze gegend ist ja total wild bebaut muss ich das mit die sugarcane später später ich gebe so viele gebäude wahnsinn ich habe dieses modpack nie so richtig ich habe es mal gesehen hier und da auf youtube und fand das interessant fand das toll wollte das mal machen aber nie dazu kommen und dann habe ich gedacht bevor du das jetzt aufnehmen spielst nimmst es auf stellst es online vielleicht gefällt zwei leuten hier ich würde meine maus klicken die ist ganz schön laut ne vielleicht krieg ich die ja weggedämpft aber aber viel wichtiger ist warum brennt er nicht lag das an der rüstung an dieser komischen feuer rüstung da brannte einfach nicht das schon wieder in gebäude woher saß mit rein kann ich doch etwas mal ordentlicht ich lasse das lieber rohr wer weiß was das ist aber diese hütte interessiert mich ein bisschen hüttelein hüttelein an der wand in die tür eingebaut ist total heute die auch falsch stall 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 mit nichts sind noch mehr schafe da sind noch mehr schafe meine todespunkte sind dahin immer noch diese riesen säulen aber ich weiß halt nicht ob man die abstellen kann keine ahnung keine ahnung keine ahnung ist auch egal auch leute leute ich mir gefällt das wirklich nicht dieses gebiet hier ich möchte hier nicht bauen wo bin ich eigentlich kann ich das nicht irgendwie auf dem spiel als zentrieren so in die märz vom opel so wie liter scho 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 follow ja follow so da hilft ja nur weiterlaufen wegpunkt 1 1 will ich nicht schließen ich will weiterlaufen ich muss weiterlaufen wir sind ja jetzt so halbwegs was ist das was ist das was biete ist das geistert von welchem modpack bleibt in der justix tun das geistert von was will uns das geistert von sagen ist der wichtig irgendwann mal vielleicht vielleicht mal irgendwann mal es sieht aus wie krater so mit rieb ist das ist das mit ried kann ja so ein das geistert macht das sinn macht das vielleicht sinn weißt du was ich mache hier wegpunkt der ist der ist hier kann ich die löschen der kann ich löschen mache ich aber nicht ich will die noch behalten als warnung als warnung so also sky stone dass ich wieder finde den mache ich mal in schwarz schwarz sehen wir wahrscheinlich nicht ne noch mal in den gelb ok safe und wir haben meins geistern markiert schön das ist schön vielleicht wird er ja mal interessant vielleicht weiß auch nicht ihr könnt mehr schrauben ob er interessant wird wenn ihr lust habt wenn überhaupt einer zuschaut ich würde mich freuen wäre gut so was das form kraft ok auch kraft song kraft hier auch bock drauf können wir auch machen nochmals auf kraft 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 hier ist noch mal kommen ich habe schon wieder hunger verliebt man dem man in dem stück mehr hunger balken leben keulen oder ist das ich weiß es nicht ich habe das gefühl ich verliere irgendwie mehr leben da die wachsen nur auf berg spitzen diese komischen eukalyptus dings bums bäume aber ich sehe hier nur berg 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 ich will kein berg ich mag es nicht auf dem berg zu bauen da musst du immer immer den berg hoch und runter und dann müsste was farmen da muss wieder hoch und runter ich habe es lieber schön gerade oder wie seht ihr das habt ihr auch eine meinung zu ich weiß es nicht ich möchte es nicht ich möchte flach land bitte flach land hier gibt es so viele ärzte die ich einfach einfach ignorieren weil ich einfach kein zu hause habe wenn ich kein zu hause habe komplett kann ich doch keine herze sammeln weil ich einfach nicht weiß wo ich die alle hinschleppen soll gut ich könnte mir 17 rucksäcke bauen oder so schon wieder riesenberg ja genau können wir 17 aber 17 rucksäcke bauen könnt ihr das alles irgendwie mitschleppen das zeug und so weiter und so fort und dann könnte ich mir nicht mehr provisorisches hausbauer könnte ich erst mal drei stunden an irgendwelche rucksäcke in kisten sortieren finde ich aber nicht soll ich das machen mit dem wir schreiben ich weiß es nicht ich weiß es echt nicht so gut gut wir schleichen uns an dem berg mal vorbei und hoffen dass wir dieses waldstück hinter uns lassen ich will keine hühner keine waldstücke ich will schon wieder ein winenstock dass apple growth growth ich spreche mal aus 0 0 prozent 0 prozent ich erst auch grüne öpfel ich das auch grüne öpfel habe ich einen sprühstuhl mir doch egal früher immer gemacht weg da aber ich bin hier schon wieder an ihm zum hügel fluss landschafts ding biome ach man es gab doch früher so eine schöne mit blumen oder oder egal hauptsache flach bitte wenn ich schon bitte sagen dann ist aber not bitte keine antwort von not dem lieben guten notch er sagt mir nichts okay tschuldigung horses 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 kann man die jungen kann man machen ich wollte das nicht tschuldigung ich habe den gehauen mitten mit dem steak tust du mir eigentlich weh wahrscheinlich muss man da ist ein sattel sattel genau es gibt ja ein sattel und sattel und licht hier ein blümchen schon wieder sky stone oder ist das derselbe ist doch hoffentlich nicht derselbe was dem markier ich auch dem markier ich auch so bin ich da zack neu sky stone bitte schreib sky wenn du sagst danke so safe los blau ein blauen sky stone und ein gelbens geistern musste musste in der gelbe moment hier auf die entfernung nicht doch da die x ok da ist schon wieder irgendein der hässer lasse sondern und steinkopf sei mir wie heißen die stonehenge nein nicht stonehenge der komische kreis ist doch dieses anderen skulpturen da tatsächlich aber leute es wird flacher es wird flacher ich muss kurz gucken ja ja da vielleicht da vielleicht da wo ich muss erst mal zu füßen von diesem zu füßen stimmt nicht er hat keine füße zum zum halse von diesem teil ich bin ja gar nicht mehr so richtig in meinem kopf beim schlafen und kaum sind wir erwacht die sonne scheint die federn liegen umher das ist bestimmt hier eine daune von meinem schönen daumenkissen schönes gemütliches daumenkissen die ist nachts einfach eine daune entfleucht so da war gerade ein grummeln warum es war dann grummeln warum grummelt denn hier so bitte lass das was schwebt denn da da schwebt was heute bitte verhaut mich nicht dafür dass ich hier einfach nur rumlaufen rumlaufen und nicht den richtigen ort finde für unser zu hause aber es muss halt perfekt sein kann ich da drauf gehen ob sie dir hat das was gemacht nein es hat nichts gemacht was das sind das für dinge gibt es in allen farben muss ich mal googeln blueberry bush stehen 1 1 und dorf nicht verletzt ich bin gefallen aber sanft denn auch irgendwelche stein fels formation so jetzt aber an diesem kleinen vulkan vorbei ins dorf ich möchte gucken was das sei es vielleicht haben wir noch ein paar sieht die ich konnte gar nicht mehr weit springen weil weil warum weil ach so ich habe schon wieder hunger ich habe hunger deswegen falle ich runter vor ermüdung weil ich hier ich müsste ich müsste die kilometer gibt es nicht so einen mod für eine kilometer zähler ich bin vier kilometer ohne ende guck mal ein mini pferd hallo was steht da seconds remaining ach so bis das weg jump strange speed ok wie schnell bist du 0,27 jump strange 8 die pferde haben ja schon irgendwelche eigenschaften auch nicht schlecht hier das ist doch hier so ein vorsicht junger fall da nicht rein fall da nicht rein fall da nicht rein da gibst du denn gold coin fall da nicht rein das ist doch hier so ein ofenteil oder casting table casting bis hin das ist doch hier so ein tinkers offen teil das sind hier eine disco gut ging 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 gut geht nicht kann ein disco oder nein was das hier die menschen ich weiß es nicht muss ich auch gut ich muss alles googeln wenn ihr mir das nicht schreibt muss ich das alles googeln wie sah der denn aus weiße was ist eine hintertür schlechte idee ich dachte hier geht es noch weiter und die haben hier irgendwo noch sieht für mich das dorf ist doch hier für arme ist doch nichts außer so ein tinker das offen soll ich diese briggs clown nein 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 aus kein unmensch dafür nehme ich die beeren mit die habe habe ich die noch nicht mehr raspberries da hinten ist wieder ein gebilde gedöhnt was hier für ein gebilde wo bist du bist du bist doch der bruder von dem der mich geklärt hat nein 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 ich hau ab ich hau ab da ist ein spawner drin ja da kommt die familie da kommt die familie fatti, mutti und onkel naja brennen sollt ihr flach land guck mal flach land das schon wieder so ein zapfen der rum hängt ich mal wissen was das sein soll flach land umzingelt von irgendwelchen bergen aber das wäre nicht schlimm in der so oh das ist die nöte 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 dass so berge und so ein gedöns drumherum sind fände ich jetzt gar nicht so schlimm und so ein bisschen wasser oh 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 und was das ne 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 ich glaub die wollen mir nix gutes das ist doch eine sekte oder was ist das die ist alle voll ausgerüstet mit schwerte und nö 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 ich hier mit meinem stein schwer den ich werfe mich da nicht in die masse ist das eine trauerweide trauerweide die school willowwood heißen die so viele wo